2002 erhalte ich die bedrohliche Diagnose MS. Doch ich will nicht kampflos aufgeben. Ich mache mich auf die Suche nach Linderung und wundersamer Heilung. Dabei gehe ich vor wie beim Blackjack, mit Mut, Geduld und Strategie. Von indischen Gurus über geheimnisvolle Hexen, Wunderheilern bis hin zu Wunderbombonherstellern, es gibt nichts, was ich nicht probiere, um die MS zu besiegen. Ohne Erfolg. Dann die dramatische Wende. Ich erfahre von einer speziellen Stammzellentransplantation mit Chemotherapie in Russland. Wird diese drastische Methode mich retten? Was ich auf meiner abenteuerlichen Reise erlebt, was das alles mit Blackjack zu tun hat, welches die beste Glückszahl ist und warum ich heute viel mehr auf das höre, was Frauen zu sagen haben, davon handelt dieses Buch. Ein humorvolles, Mut- und Inspiration spendendes Werk über den Weg, der mir nicht nur neue Welten eröffnet, sondern mich letztlich auch zum wahren Blackjack geführt hat.